Musik Was macht den Bremer Weihnachtsmarkt so attraktiv? Der Bremer Weihnachtsmarkt ist wunderbar in der Bremer Altstadt gelegen, auf dem Marktplatz um den Roland herum mit dem UNESCO-Weltkulturerbe-Rathaus als schönem Rahmen, mit einer engen Anbindung an die Weser, wo dann ja auch der Schlachtelzauber ist und all das zusammenführt natürlich dazu, dass dieser Weihnachtsmarkt schon auf eine gewisse Weise auch einmalig ist. Wenn man jetzt hier riechen könnte, wie die gebrannten Mandeln von der Seite hinüberziehen, der Grünwein, das Holzspielzeug, der Honig aus Finnland, das Blechspielzeug, Ausstechformen, also alles, was das Herz begehrt, für klein und groß, ist für jeden was dabei. Musik Ich freue mich natürlich besonders auf den schönen Grünwein vom Bremer Ratskeller oder auf gebrannte Mandeln oder auch Lebkuchen aus Bremer Produktion. Also es ist vieles dabei, was man wirklich genießen kann, aber vor allem auch die tolle Atmosphäre mit weihnachtlicher Musik im Hintergrund, alles schön beleuchtet, mit Tannengrün geschmückt. Insofern ist der Weihnachtsmarkt in Bremen sehr eingeladen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.